servus leute hier ist wieder bei mir plattfuß heute mal mit einem weiteren vlog und heute mal nicht von mir zu hause weil heute bin ich beim guten killer daniel zu besuch hallo hallo und wir sind gerade dabei nur für euch paar videos zu drehen ein paar werden bei mir kommen bis 1 2 3 beim dani auf dem kanal ich werde natürlich den daniel kanal hier unten verlinken in der video beschreibung und wir wollen euch nur so ein bisschen zeigen wie wir heute das ganze aufbauen wenn es zum beispiel hat der daniel das neue t-ball und sich gekauft heute weiß ob ihr sehen könnt natürlich high equipment nur für euch heute hier ihr dürft gespannt sein was videos wir müssen alles produzieren ja wir haben viel gelacht es gibt viele outtakes nur für euch ja war so ein kleiner teaser was wir die ganze zeit hier machen und so wir werden danach ein bisschen was zusammen kochen ich werde euch dann auch noch auf den heimweg mitnehmen die fahrt hier her selber war relativ angenehm ich habe ca eine stunde gebraucht so ganz grob das ist halt es gute dass du nicht so weit weg wunsch so ungefähr circa eine autostunde ganz grob es gibt keine autobahn nur bundesstraße und die lief bei ich heute ziemlich leer und ja sagen wir so ich hatte den vorteil es lief eigentlich bis kurz vor deinem haus extrem flüssig und dann war stau da ich habe der stau fast eine halbe stunde gekostet also ich bin heute eher anderthalb stunden gefahren anstatt eine stunde wie sonst und eigentlich werde ich heute gar nicht hier aber ganz kurzfristig habe ich entschlossen okay ich bin einmal ganz im geschäft fertig ich komme doch noch wir haben jetzt gerade hängen so mein geschäft die woche war alles andere als schön auf arbeit am mittwoch zum beispiel rufen sie mich an ja der gulli ist verstopft ich soll mal kommen nachgucken und das hebe ich fest ich mache den gullideckel auf das erste was ich gemacht habe war mich gnadenlos übergeben ja es hat ganz leicht gestunken nur so ganz leicht dann habe ich mir so eine gasmaske geholt das ging gar nicht das ging gar nicht und da habe ich mir erst mal so kennst du diese anzüge wo die angler anhaben ja ja ganz körperanzüge geholt und gummistiefel und alles super toll dann ab in den gulli und wie das natürlich so ist da stand die exkremente in wir wollen es mal höflich ausdrücken etwas höher in diesem gulli und ich steig so rein und wie weit reicht der gummistiefel natürlich nicht ganz so also gut gulli war da verstopft also der hausgulli im hausanschluss und ich hol das dann alles ganze raus haben wir schon so eine tonne besorgt und alles und was sehe ich unten der ausgang zum kanal hin zum abwasser war eine pampers verstopft dann hat sie so aufgeflattert und alles was danach gekommen ist kam immer auf diese pampers drauf und danach habe ich sie dann raus geholt bin ich in den garten und habe so einen gartenschlauch genommen alles ausgezogen habe ich bei minus vier grad mit dem kalten wasserschlauch von oben bis unten abgespritzt die leute wo vorbeigelaufen sind bestimmt denken was ist das für ein irrer bei minus graden duscht er draußen nur im unterhose und duscht dann habe ich alles abgespült und dann bin ich drin habe drin mir so desinfektionsmittel holen alles was ich hatte desinfiziert mich von oben bis unten desinfiziert und dann bin ich mein auto gekocht mit mir ins auto gekocht nach hause erst mal geduscht danach habe ich noch mal desinfiziert also das war echt ein scheiß tag wortwörtlich ein scheiß tag und so ging aber die ganze woche weiter also es hat egal wie ich es wollte es hat nicht funktionieren egal was ich eingelangt habe und dann war bei mir in der halle fasching und wenn ihr mal einen super tipp wollt ihr werdet auf irgendeine party eingeladen zum beispiel du und du magst den typ nicht aber du musst da hin aus irgendwelchen gesellschaftlichen gründen keine ahnung das ist da ein vorgesetzter obwohl es ein arscher ist du musst da hin weil man könnte ja was geld bringen und so dann nimmst du diesen rosa glitzer staub mit die kriegst du auf so schreibwaren oder fasching läden die haben das und dann kommst du hin party und nehmst du diesen finger und schmeißt so eine bude rum so das haben natürlich jetzt die kiddies klar fasching überall glitzer staub verteilt und der ganze heilboden hat geglitzert wie ein spiegel wie ein spiegel so jetzt kommst du dann hin wie kriegst du den scheiß wieder weg dann habe ich erst mal gefegt und staub gewischt immer noch weg dann kam ich meine maschine habe den boden nass gewischt ging immer noch weg als anderes mittel geholt und anfangen zu reiben dann löste das ding auf und das hatte ich dann nachher alles an den händen und überall mal ganz ich sah aus wie ein rosa einhorn von oben bis unten voll mit glitzer staub ich sag ja die woche war nie verhext und dann ging es weiter dann wollte ich mir habe ich gesehen im psn store war im angebot das nügste master of shadow für 11 euro und ich hatte noch 3 euro so im psn store drin ich sag okay bist du nicht doof gehst in mediamarkt kaufst du 10 euro karte lädst du auf kannst du drunter laden ich losgefahren hey komm wieder zurück will ich aufladen kostet spiel nur 11,99 sondern 29,99 die woche war verhext und dann ging es geht ja nun rein diese woche wird nicht besser dann am donnerstag durfte ich endlich zu einem händler wegen der legend of salamatros mask special edition und er hatte sich tausendmal entschuldigt und sagte er hat von nintendo keine special edition bekommen jetzt so wie dein händler und ich musste eine normale mitnehmen ok scheiße ich habe es bei amazon nicht bekommen bücher die eh nicht bekommen und alle anderen anderen händler nicht bekommen und mein händler sonst alles kriegt auch nicht bekommen ich sag okay zum kotzen normale fassung habe ich gesagt du hast ein spiel gestern war der erste gute tag seit langem da waren wir dann in endersbach im alphatec in weinstadt das ist auch so wie mediamarkt so ein händler und die waren irgendwie alle mittag essen außer einem kassierenden an der kasse und da haben die da so einen tresen und da stellen sie dann immer die vorbestellersachen auf so hier und da ist eigentlich immer ein typ der die vorbestellersachen rausgibt die waren alle nicht da und ich sehe dass du diese machos mark 3d special edition zwei stück die an die kasse und zahlen guck dass ich so schnell wie mich als auto gekommen bin ich war weg ich habe bestimmt irgendeiner vorbesteller natürlich jetzt diese special edition geklaut aber es war mir egal ich wollte unbedingt die special edition ja dann gestern abend waren wir noch essen mit meinem besten kumpel im gourmet tempel das ist so ein china buffet mit all you can eat und mit all you can drink also soviel man essen und trinken kann auch alkohol es war ein toller und lustiger abend kann ich euch sagen also vom essen her war es echt gut die getränke waren zum teil nur durchschnittlich aber das bier war kalt und das ging immer und falls ihr mal in ludisburg seid in der nähe geht in den gourmet tempel das hat glaube ich 25 euro pro person kostet mit so viel essen und trinken wie man kann lohnt sich definitiv wenn man essen tut und zwei getränke hat hat man den preis schon drin war echt geil und dann heute habe ich heute morgen arbeiten müssen ich war schon früher wie geplant fertig ich war um halb elf schon fertig ich habe eigentlich gedacht ich brauche bis drei oder vier und dann habe ich zum daten gesagt wie schaut es denn aus was machst du heute ja ich weiß auch noch nicht ein bisschen faul gewesen heute morgen noch hatte er schon mal auf facebook gepostet hier ich tue mal frühstücken und dann hat er dann gemeint komm doch rüber zu mir ich so auch eine stunde fahrt und keine lust und dann hat er gemeint hier komm rüber machen wir ein video und zack bin ich hier so was wir jetzt dann noch alles machen seht ihr dann im restlichen teil vom video weil wir werden jetzt zusammen kochen beziehungsweise Dani bekocht mich ich bin heute ein fauler Sack werde bekocht Dani was willst du kochen heute für uns ganz alt Spaghetti aber auf meine Art keine Standard Spaghetti und keine Fixpäckchen keine Fixpäckchen dieses Mal also da bin ich echt gespannt drauf die Unboxing von Majora's Mask werde ich natürlich auch noch aufnehmen sobald ich Zeit dazu habe haben wir gerade ein bisschen weniger ansonsten wenn man sich jetzt nicht mehr sieht ihr werdet mich nicht mehr sehen wahrscheinlich wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spass bis zum nächsten Mal bis dann ciao tschÜV Kann das schmecken? Es muss schmecken. Es muss jetzt noch ein bisschen köcheln. Alkohol! Und du meinst, es wird was? Ja, wir machen gut. Wie weißt du? Sieht aus wie kotzt und geschissen. Aber schmeckt geil. Also jetzt auf dem Teller sieht es echt sehr lecker aus. Und ich muss euch zugeben, es schmeckt auch sogar sehr lecker. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder zurück von gestern vom Dani. Es war echt ein richtig lustiger Tag gestern. Es hat mir richtig Spaß gemacht beim Dani. Und wir waren auch echt produktiv für euch. Also wir haben mehrere Videos aufgenommen. Und ich muss euch gleich gestehen, ich hatte ein Problem. Eine Videoaufnahme ist mir leider ein bisschen Lungen. Wir haben für euch ein Beef aufgenommen. Wir haben gegeneinander Mario Kart 64 gespielt. Das wollte ich eigentlich hier zeigen. Das kann ich leider nicht, da es nur die erste Minute aufgenommen hat. Und danach irgendwie abgebrochen, warum auch immer. Total schade. Es tut mir echt leid für euch. Es war nämlich saulustig. Also, der Dani wird es bestimmt euch bestätigen. Es hat richtig richtig Spaß gemacht gegen ihn zu spielen. Aber leider ist die Aufnahme misslungen. Aber wir werden es vielleicht in Zukunft mal nachholen. Mal schauen. Ansonsten, Dani, dein Essen war echt lecker. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin kein Fan von Spaghetti Bolognese. Aber deine war sehr gut. Gerade meine Karotten. Das war mal was anderes. Hat mir geschmeckt. Also, und du kannst sogar kochen ohne Maggi fix. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Kochst du weiter, dann wird es besser. Ähm, was noch? Ja, dann die Heimfahrt gestern. Die war richtig kacke. Es ist so schlecht gelaufen vom Dani zu mir. Ich habe fast anderthalb Stunden gebraucht. Es war echt lang. Immer wieder staulastig. Und ich musste im Dunkeln heimfahren. Also, ich habe im Prinzip kein Problem mit Nachtfahrten. Nur ich mag es nicht, wenn ich mich in einer Region nicht auskenne und dann Nachtfahrt habe. Also, wenn ich jetzt hier bei mir in der Gegend fahre, wo ich die Gegend kenne, ist das gar kein Problem. Da weiß ich, wo was ist. Wenn ich mich aber dann in der Nacht nicht richtig orientieren kann und mich komplett auf mein Navi oder die Karte, wo ich gelesen habe, verlassen muss. Das mag ich einfach nicht so ganz. Und dann gibt es irgendwie so Idioten, wo dann merken, oh meine eine Lampe ist kaputt am Auto und wir fahren mit Fernlicht. Und dann blenden die dich die ganze Zeit. Das regt mich höllisch auf. Leute, guckt nach eurem Licht und stellt es richtig ein. Ihr blendet nur die anderen Autofahrer. Das ist total kacke. Allerdings mein Auto, ich muss echt sagen, ich bin immer noch sowas von begeistert, dass ich dieses Auto, den Mitsubishi, mir gekauft habe. Der läuft ohne Probleme. Er hat mich sicher hergebracht wieder. Da hat mir mein guter Freund vom Auto aus Lorenzer echt keinen Scheiß verkauft. Also, vielen Dank da nochmal. Ich bin echt begeistert von dem Teil. Hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Und auch wenn es dunkle Fahrt, Nachtfahrt war, es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber nächstes Mal bei so längerer Autofahrt ist es cool. Wir haben zu zweit, da kann man sich auch ein bisschen unterhalten. So konnte ich im Prinzip nur Musik hören. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber wenn man jemanden hat, mit dem sich unterhalten kann, macht so eine lange Autofahrt auch um einiges mehr Spaß. So, dann habe ich euch auch erzählt. Ich habe mir die Legend of Zelda die Special Edition gekauft. Den werde ich jetzt nicht zeigen müssen. Kennt ihr von euch mittlerweile jeder. Jede zweite YouTuber macht jetzt ein Unboxing Video. Doch, zeig sie uns. Also wenn ihr es sehen wollt, ich hebe sie mal kurz her. Ich habe auch die Special Edition bekommen. Habe ich ja erzählt. Ich werde es aber jetzt nicht rausholen. Jetzt habt ihr schon genug bei anderen Leuten gesehen, wenn ihr wissen wollt was drin ist. Da ist unter anderem das Spiel drin. So ein Ansteckpin drin. Ein Poster und ein Steelbook. Wenn ihr das genau sehen wollt, schaut euch mal zum Beispiel das Video vom Killer Dani an. Der hat es geunboxt oder der Animatiker. Ich werde die beiden mal hier unten in der Videobeschreibung noch verlinken. Schaut sie euch an, wenn ihr genau wissen wollt was da drin ist. Ich werde es jetzt nicht nochmal extra auspacken. Das finde ich schwachsinnig, wenn es schon 200 Videos von dem Ding gibt. Warum sollen wir nochmal ein Video zeigen. Ich werde es nur machen, falls es tatsächlich einer von euch möchte. Aber zu Not schaut es euch bei anderen Leuten an. Es bringt mir nichts. Erstmal einen Schluck trinken. Ich habe ein bisschen Frosch im Hals. Gute Silberwunder mit Effel und Ferdersprüche. Effel. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ob ihr reden wollt. Ja. Ihr seht es. Ich lasse gerade meine Haare etwas wachsen. Und mit Haaren wachsen kommt auch wieder eins hinvor. Ich war das erste Mal seit fast 5 Jahren mit meinem Friseur. Und es kommt mir immer noch komisch vor. Also wenn man sich 5 Jahre lang, ich sag mal ich habe einen Iro gehabt. Danach eine Glatze sozusagen. Das ist echt komisch. Wenn man dann wieder beim Friseur sitzt und sagt. Hm. Was hättest du denn gerne? Ja. Haare geschnitten. Was sollst. Das war für mich etwas komisch. Sondern ja. Situationen wo halt für mich nicht alltäglich war. Es war dann schon etwas schwieriger. Aber ihr seht meine Friseursin hat es sehr gut gemacht. Zu der werde ich auch wieder gehen. Die hat mir meine Frau empfohlen. Hat es auch recht gehabt. Das ist die Melly. Die ist auch ein bisschen so drauf wie ich. Hört auch so Punkmusik. Und so. Mit der habe ich direkt die selben Welle Länge gehabt. Also. Das war dann schon lustig. Man konnte auch mit der reden und so. Aber. Es war trotzdem irgendwie komisch dann auf diesem Stuhl zu sitzen. Und die fragte dann so. Ja. Was hättest du denn gern für Haare? Wie soll ich das schneiden? Die sind ja voll kurz. Ich so. Wieso die sind kurz? Die sind voll lang. Voll hippie und so. Ja wie hippie. Das sind nur so. Ich so. Ja aber. Mach mal was. Der sieht ja scheiße aus. Und. Ja. Ich muss sagen. Da haben sie echt recht gehabt. Also mit diesem Bart bin ich sehr zufrieden. Es steht mir. Und auch mit etwas Länge Haare ist mal wieder was anders. Wirkt mal wieder frischer. Gefällt mir sehr gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was ihr meint. Soll ich wieder kurz machen? Haare länger? Kürzer? Gefällt es euch? Sagt der war total unnötig. Du siehst aus wie ein hippie. Wer weiß. Ja. So. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja. Ich wollte mich ein bisschen entschuldigen. Dass ich so wenig Videos an sich bringe. Nicht nur Videos. Sondern ihr hört relativ wenig gerade von mir. Sei es auf Facebook. Oder irgendwelche anderen sozialen Netzwerken. Das tut mir echt leid. Mir fehlt zur Zeit einfach die Zeit. Mir fehlt zur Zeit. Die Zeit klingt voll scheiße. Also im Moment habe ich einfach keine Zeit. Mich wirklich um meine. Ich sag mal. Online Freunde zu kümmern. Oder mich da richtig zu melden. Mir sind meine Freunde. Die ich hier in echtem Leben habe. Wichtiger. Und da habe ich gerade ein paar Probleme. Mit manchen. Die wollen mehr mich sehen. Und dann bin ich für die Leute eher da. Wie für Leute die ich nur über das Internet kenne. Ich sag natürlich. Deswegen bin ich nicht weniger wichtig. Aber Leute die ich in echt sehen kann. Als Auge zu Auge. Die sind mir etwas wichtiger. Aufgrund. Weil wenn ich die brauche sind auch für mich da. Und ich habe da gerade einen Freund. Der hat ziemlich private Probleme. Und er hat einfach in letzter Zeit viel Beistand gebraucht. Und hat gesagt. Hier es wäre nett wenn du für mich da sein kannst. Und das will ich dann auch gern. Und habe ihn so ein bisschen in seinem Leben unterstützt. Und es geht jetzt bei ihm langsam wieder bergauf. Und ich hoffe das bleibt dann auch so. Und deswegen habe ich in letzter Zeit eigentlich wenig Zeit gehabt. Dass er so viel von mir hören konnte. Hinzu kam noch. Natürlich das schlechte Wetter. Ich habe da ich ja bei der Stadt angestellt bin. Auch Winterdienst. Und es hat halt in den letzten vier Wochen ziemlich heftig geschneit. Und war Glatteis. Da muss ich dann halt auch Schnee räumen. Und gegen Glatteis rausrücken. Und das frisst halt an der Substanz. Wenn man dann heim kommt nach 10 Stunden Schnee räumen. Oder 12 Stunden Schnee räumen. Da habe ich nicht noch wirklich Lust mit euch viel zu schreiben. Oder ein Video zu machen. Oder was weiß ich. Bitte verzeiht es mir. Dass ich in letzter Zeit einfach rar mache. Das wird sich gegen Frühling, Sommer wieder ändern. Da habe ich dann wieder mehr Zeit. Auch mit Leuten mich zu treffen. Oder zu schreiben. Wie auch immer. Aber es geht im Moment einfach nicht. Ich bin zum Teil klinisch tot. Wenn ich heim komme vom Geschäft. Ich bin entweder total verfroren. Oder ich bin einfach nur kaputt. Und will in mein Bett. Und hin liegen. Und da will ich nicht noch anfangen. Hier keine Ahnung. Romane zu schreiben mit euch. Da geht es nichts gegen euch. Ich höre mir eure Probleme gerne an. Oder gebe einen Ratschlag. Wenn ich vielleicht etwas inniges mal erlebt habe. Wie ich damit umgegangen bin. Aber das geht nicht. Und hinzu kommt. Dass in letzter Zeit auf Facebook. Gibt es eigentlich nur drei große Themen. Oder vier vielleicht. Das erste große Thema ist. Meine Freundin oder Frau. Partner, Partnerin. Wie immer hat mich verlassen. Hast du mir einen Ratschlag? Mein ultimativer Ratschlag ist mittlerweile für alle. Wo ihren Partner. Wo es nicht mehr lauft. Lass ihn gehen. Lass ihn ziehen. Komm drüber hinweg. Andere Eltern haben auch schöne Kinder. Vielleicht findest du einen anderen Partner. Der für dich besser ist. Ich habe es selber. Natürlich hat es jeder schon mal gehabt. Dass er seinen Partner verloren hat. Warum auch immer. Es hat einfach nicht gepasst. Von der Trennung gehören immer zwei. Sag ich mal. Es ist nicht immer nur einer schuld. Und wenn es nicht halt sollen sein. Dann lass den ziehen. Und mach was anderes. Dann das nächste große Thema. Ist gerade bei vielen. Arbeitssuche. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Dass das in Teilen Deutschlands. Oder auf Teilen der Welt. Etwas schwieriger ist. Wie in anderen Regionen. Ich geh jetzt halt mal von meiner Region aus. Hier in Baden-Württemberg. Ist das relativ einfach. Eine Arbeit zu bekommen. Relativ. Es kommt auch an. In welcher Branche ihr sucht. Natürlich auch. Aber wer arbeiten möchte. Bekommt auch Arbeit. Die andere Frage ist natürlich. Wird diese Arbeit auch gut bezahlt? Ist das mein Traumjob? Macht die Arbeit mich glücklich? Erfüllt die mich? Ich habe das Glück. Dass ich eine Arbeit gefunden habe. Die mir sehr viel Spaß macht. Die mich erfüllt. Die dazu noch gut bezahlt wird. Oder ausreichend bezahlt wird. Ich kann davon leben. Ohne Probleme. Und ich wünsche das natürlich allen meinen Zuschauern auch. Und solltet ihr im Moment Arbeit suchen. Dann klemmt euch dahinter. Schreibt eine gute Bewerbung. Macht gute Fotos. Ruft einfach bei Firmen an. Nehmt die gelben Seiten. Keine Ahnung. Ihr sucht jetzt als Automechaniker eine Arbeit. Dann geht ihr in die gelben Seiten. Und dann ruft einfach von oben bis unten jede Firma an. Wo Automechaniker sind. Sorgt hier gerade jemand. Könnt ihr eine Hilfe brauchen? Und was mir damals geholfen hat war. Bei meinem alten Job. Jetzt nicht beim mäßigen. Ich habe dem einen Tag bei Probearbeiten immer angeboten. Ich habe dann gesagt. Hier. Ich will dich gerne von mir überzeugen. Ich würde gerne einen Tag bei dir Probearbeiten. Und dann können wir immer noch sagen. Das taugt was. Taugt nichts. Das hilft bei vielen. Und. Also wer arbeiten möchte in Deutschland. Der findet Arbeit. Vielleicht nicht in seinem Traumberuf. Vielleicht auch nicht in seinem Erlampenberuf. Aber ich persönlich sage. Lieber habe ich Arbeit. Wie dass ich arbeitslos zu Hause sitze. Ich kann es natürlich verstehen. Wenn einer sagt. Hier. Warum soll ich arbeiten gehen. Wenn ich als Beispiel Hartz IV viel mehr bekomme. Arbeit. Das Geld. Mein Lohn statt. Ich kann nicht von leben. Natürlich kann ich verstehen. Aber. Wenn ihr jetzt zum Beispiel. Eine Arbeit habt. Und ihr stellt euch dann schlecht an. Dann könnt ihr euch woanders bewerben. Oder vielleicht auch in dem Betrieb sagen. Hier Junge. Schaut es aus. Ich bin gut. Ich schaffe alles. Mehr Geld. Versucht es aus. Seid nicht auf der faulen Haut. Macht was aus eurem Leben. Ja. Versucht. Das Berufliche. So hinzukriegen. Dass ihr im Privaten glücklich seid. Und andersrum auch. Mein Großvater sagte immer. Bist du privat glücklich. Bist du es im Beruf auch. Und andersrum aber genauso. Und er hatte recht. Ich habe das früher nicht verstanden. Und. Bei meiner alten Arbeit war es echt so. Ich war auf Arbeit nicht mehr glücklich. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Und. Diesen Frust habe ich mit nach Hause genommen. Und. Wenn man dann so frustriert heimkommt. Dann gibt es auch Streitereien zu Hause. Und. Man tut dann seinen Partner nicht gutheißen. Ja. Und ich sehe das immer wieder bei. Bei. Paaren. Gerade hier. Für meine Freunde. Da ist dann einer auf Arbeit extrem unglücklich. Und der nimmt diese. Diesen Frust mit nach Hause. Und die streiten sich dann bloß noch. Und egal wann man da ist. Die sind am Streiten. Das macht dann auch. Für die Besucher keinen Spaß. Und ich glaube. Für die Person selber. Der wo sie frustriert ist. Der merkt das gar nicht. Aber der Partner merkt das extrem. Und. Wenn ihr solche Probleme habt. Redet mal mit eurem Partner. Sagt hier. Kann es sein. Du bist auf deiner Arbeit nicht mehr glücklich. Wenn ja. Such dir doch was Neues. Irgendwas was dich erfüllt. Und wenn man dann. Auf Arbeit richtig glücklich ist. Und wenn man sagt. Das macht einem Spaß. Äh. Dann ist man auch. Privat viel entspannter. Und kann sagen. Hier. Keine Ahnung. Ich habe wieder Kraft. Irgendwas zu machen. Das hatte ich zum Beispiel. Ich hatte mich immer so ausgebrannt gefühlt. Bin nach Arbeit heimgekommen. Und. Ich war träge. Ich wollte nichts von der Welt wissen. Ich saß nur noch auf meinem Sofa rum. Und das. Ein. Zwei Jahre lang. Wie Burnout sozusagen. Und. Wo ich dann meine Arbeitsstelle gewechselt habe. war das ganz anders. Ich hatte mittags wieder Kraft. Ich konnte. Am Abend wieder was mit meinen Freunden machen. Und das kann ich dann jedem empfehlen. Und. Da die nächsten zwei Themen. Wo ich jetzt nicht mehr öfter auf sozialen Netzwerken lese. Sind natürlich. Von meinem Alter bedingt her auch. Ähm. Mir heiraten. Und wir bekommen Kinder. Und. Es ist alles schön für euch. Aber es ist in letzter Zeit einfach viel zu oft. Ich lese in letzter Zeit von vielen Bekannten. Hey. Wir werden Eltern. Ja. So alt bin ich doch noch gar nicht. Und. Wenn ich mir das so überlege. Hm. So langsam bist du eigentlich doch schon in diesem Alter. Wo Kinder und Hochzeit so langsam. Normal sind. Ja. Ich kenne viele. Wo natürlich auch schon. In den Anfang 20ern. Geheiratet haben. Und Eltern geworden sind. Und zum Teil natürlich auch viel älter. Und dann macht man sich natürlich auch immer so vieles liest. Hm. Über seine Zukunft. Und denkt. Hm. Es könnte ja an der Zeit sein. Und dann denke ich mir immer. Ich fühle mich noch gar nicht so. Bereit dazu. Eltern zu sein. Also ich wüsste gar nicht wie ich mich anstellen soll. Bei manchen Situationen. Wenn ich jetzt ein Kind hätte. Da hätte ich ja auch ein Stück Freiheit verloren. Natürlich. Andererseits habe ich dann ein Kind. Mit dem man viel machen kann. Ja. Genauso Hochzeit. Also. Viele von meinen Freunden. Die sind jetzt. Verloben. Dabei sich zu verloben. Oder heiraten. Da haben sich auch Gedanken. Ja. Wie sieht das aus. Mit meiner Partnerin bin ich jetzt auch schon. Ein paar Jahre zusammen. Hm. Wer ist denn auch mal was für uns. Und dann denke ich mir auch. Bist du schon sicher. Und dann wieder. Ja natürlich. Ich liebe die Frau. Und. Ja mal gucken. Und meine Frau nervt natürlich auch. Weil sie überall liest. Hey. Die heiraten. Ich will jetzt auch heiraten. Ja. Ich sage dann immer. Es hat ja noch Zeit. So alt bin ich ja noch gar nicht. Und. Die muss noch ein bisschen warten. Sag ich da jetzt mal. Sobald ich der Meinung bin. Das hat Zukunft. Und ich kann das mit mir persönlich ausmachen. Dann wird der Schritt dann auch kommen. Aber das dauert noch ein bisschen. Und. Ja. Was sieht man noch so auf. So die sozialen Netzwerke. Gerade in der Zeit gibt es immer wieder so. Gerade in der YouTube Community immer wieder Streit. Ich weiß aber nicht mit wem. Ich will mich ja auch relativ raushalten. Äh. Wenn einer meint. Der muss euch nicht leiden können. Dann lasst ihn doch links liegen. Und geht weg. Und sagt ja. Fick dich. Äh. Ich mache mein eigenes Ding. Äh. Ist ja schön wenn man. Ich sag mal auch Freunde über soziale Netzwerke erhält. Also. Es haben ja auch schon viele gesagt. Hier. Äh. Freunde die du per Internet kennst. Sind keine echte Freunde. Muss ich sagen. Das stimmt nicht. Mit denen habe ich oft mehr Kontakt. wie Leute die ich tatsächlich kenne. Und. Ähm. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. So. Ja. Online Freunde. Die sind zum Teil. Für mich auch sehr wichtig geworden. Und. Ich sag mal. Wenn sie nicht zu weit weg wohnen. Und. Mir schreibt einer an. Hey. Kannst du mir helfen. Keine Ahnung. Ich muss umziehen. Ich weiß nicht wen ich noch fragen kann. Und er wohnt nicht zu weit weg. Ich habe Zeit. Dann helfe ich denen natürlich gerne. Äh. Zum Beispiel der Daniel. Den habe ich auch übers Internet kennengelernt. Und. Mittlerweile würde ich sagen. Das sind mir echt sehr gute Freunde geworden. Oder ich habe in Kiel oben den. Mr. Hawk kennengelernt. Den Tobi. Wir haben uns zwar noch nie in echtem Leben gesehen. Aber für mich ist das ein sehr guter Freund geworden. Wir telefonieren des öfteren. Wir schreiben öfters. Und. Das finde ich zum Beispiel noch krasser. Ist das beim Mathe geworden. Den habe ich damals kennengelernt. Auch übers Internet. Und. Wir schreiben so oft miteinander. Also wenn der Mathe echt ein richtiges Problem hätte. Dann sagt. Hey Bambi. Ich brauche die. Ich komme zu mir. Dann würde ich auch gespielt nach Düsseldorf fahren. Dann hätte ich gar keine Probleme. Und wenn dann einer sagt. Hier. Eine Freundschaft die du übers Internet hast. Das ist keine echte Freundschaft. Der lübt mir gnadenlos ins Gesicht. Und hat für mich auch keine Ahnung. Ja. Das tut mir leid. Ich bin hier. Plam plam. Naja. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Wie seht denn ihr das? Online Freunde. Echte Freunde. Also ich sehe es so. Leute mit denen ich online mehr Kontakt habe. Als mit zwei Sätzen. Also mit denen ich. Ich sag mal. Ein, zweimal die Woche schreibe. Oder mehrmals im Monat. Die kann ich schon als Freunde oder Bekannte titulieren. Und wenn ich mit einem regen Kontakt habe. Dann kann ich denen auch sagen. Das ist ein richtiger Freund für mich geworden. Ja. Man hat zwar. Nicht diesen Kontakt von Angesicht zu Angesicht. Aber man hat ja trotzdem Kontakt. Und da würde mich jetzt mal interessieren. Wie seid ihr. Wie seht denn ihr das so? Sind Freunde mit denen man nur per Internet kommuniziert. Freunde. Oder. Sind es nur irgendwelche Bekannte für euch. Als Beispiel. Ihr spielt jeden Tag World of Warcraft. Und tut mit denen jeden Tag. Per TeamSpeak. Skype. Etc. Quatschen. Mit denen redet ihr auch nicht nur. Was im Spiel passiert. Sondern wo ihr auch mal sagen. Hey. Wie ist denn das. Keine Ahnung. Mein Leben läuft das und das falsch. Wie hast du das geregelt. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So. Mehr habe ich mir jetzt auch nicht mehr aufgeschrieben. Ich glaube das langt jetzt erstmal. Das ist wieder so ein Video Finchi Style Vlog. Und viele Grüße an dich Finchi. Herzlichen Glückwunsch an deine Festanstellung für deinen Job. Stell dich ja gut an. Habe ich mitbekommen. Freut mich für dich. Hast ja auch verdient. So. Ich habe jetzt nichts mehr zu belabern mit euch. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Kritik, Anregungen habt. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten bin ich jetzt raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.